Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der AfD ist überflüssig. Was sie verlangt, hat schon stattgefunden. 2.600 Experten, Verbände, Bürger haben sich online an der Diskussion um den Medienstaatsvertrag beteiligt. Das sind so viele, dass die Auswertung noch nicht abgeschlossen ist, deswegen können wir noch nicht über den Vertrag reden. Bei 2.600 Menschen aus allen Richtungen brauchen wir keinen bayerischen Sonderweg. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020